Ich habe meine Federtasche vergessen. Ja, ich bin Fußballmeister, endlich! Oh, wo hast du denn jetzt wieder meinen Stuhl hingestellt? Für eine extra Arbeit. Sarah? Ja, du hast eine kleine Glocke hier. Tag hier. Immer ein bisschen nach oben. Ja, so ist gut. Gehen wir noch ein nach oben. Gut. Noch ein nach oben. Ist so gut. Ja, gut? Ja, genau. Ja, toll. Ich bin fertig. Komm nach oben. Danke schön, Sarah. Tschüss, Marie. Tschüss, Marie. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Liebes Publikum. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich habe mein Rezept und meine Federtasche vergessen. Ja. Und den Stift. Ich bin fertig. Hier bin ich. Ich bin fertig. Hier bin ich. So. Ole, 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 ole. Das ist so ein Meister. Guck mal. Guck mal. Aber ich habe mir vier, nur ein Gesunstprojekt. Ich gehe lieber nicht nach Hause. Ich lebe in der Schule und höre Musik. Ja, bitte Fußballmeister, endlich! Oh! I'll be fine. Uhh, I'll be fine.